Halleehalleche meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Alle gegnerischen Patrouillen befinden sich in Bodennähe. Auf den Zügen ist niemand zu sehen. Da drüben ist jemand. Da ist er! Ach verdammt. Was ist da los? Warum? Warum, äh, sterben die da dran nicht mehr? Na toll. Äh, was? Das war doch so ein Spezialkart. War das nicht so ein, so ein, so ein super duper Spezialkommando-Kerl? Dem ich da grad ins Gesicht geschossen hab? Gibt's das denn? In den Kopf geschossen. In den Helm geschossen. Was mach ich denn da? Gah! Ich seh gar nichts. Waren das jetzt eigentlich alle? Keine Munition mehr. Okay. Mal die Minen hier weg machen. Ist doch noch eine. Zumindest tut die so. Okay, offensichtlich... So war das jetzt nicht geplant, dass ich hier so viel Munition verballer. Ich würde das gerne nochmal machen. Hydraulics are going in the last package. Repeat. Hydraulics are going. Bling, bling. Die mit ihren blöden... ...blöden Helmen. Ach! Hey, ich war doch nicht... Ja. Und das hat der überlebt. Der hat da grad geschossen. Der hat da grad geschossen. sehr komisch. Sehr komisch. Ah! Da bringt dir deine Panzerung wohl gar nichts, wa? Das ist schon ziemlich... Ziemlich laut, wie ich das jetzt hier mach. Aber naja, was soll's. So, was haben wir jetzt hier alles? Und der Taste schließen. Ja. So, ich muss hier überhaupt gar nicht hin. Das ist, äh, noch schöner. Mal davon abgesehen, dass ich hier so einen Lärm produziere. Keine Munition mehr hab. Und... Hier hat's Munition. Sehr gut. Die mit dem blöden Helm. Die ist leer. Die Bombe wurde schon in den Zug verladen. Die Bombe wurde schon... Uh! Da ist auch eine. Die Bombe wurde schon in den Zug verladen. Die Bombe wurde schon in den Zug verladen, oder? A-A-A-A! Die bombe wurde schon in den Zug verladen, als ob eine вполне- Oh mein Gott. Okay, da sind wir gerade zu viele. Gut. Da sind, äh, die sind arg viele gewesen jetzt gerade im Moment. Habe ich hier die Munition schon? Nein. Sehr gut. Die reden Englisch. So. 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 Das ist blöd mit den, mit den dummen Helmen. Du musst immer zweimal schießen. Das ist echt scheiße. Oh, der war gut. Der hat gleich gesessen. Bombe wurde schon in den Zug verladen. Oh, die sind überall diese scheiß Minen. Oh, die sind überall diese scheiß Minen. Mist. Kann ich denn auf so einen Zug hoch? Ja, bestimmt, oder? So, dann würde ich mir nämlich den mal holen. Oh. 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 Und ist da noch einer. Oder nein, das sind nur die roten Lichter. Eigentlich gefällt's mir oft in den Zügen ganz gut. Oh. Oh, Mine. 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 Ah, Mine. Diese Idioten. Alles hier. Alles hier. Alles hier. Achtung, Mann, ausgefallen. Der Schütze ist da drüben. Boah, was? Das war doch auch wieder einer mit Helm. Boah, sehr gut. Hier ist keine Mine. Gut. Deaktiviere Sprengsatz. Einfach so? Nicht meine erste Party, Briggs. Sehr gut. Aus die Mauts. Sprengsatz deaktiviert. Das ging schnell. Verstanden. Zum Ringlock schuppen. Sehen wir den Anführer? Nein. Charlie versucht ihn durch Triangulierung zu ordnen. Halte dich auf dem Laufenden. Briggs, die letzte ist dem Ringlock schuppen. Bin gleich da. Ich muss zum Ringlock schuppen, bevor mir der Kerl am anderen Ende des Lasers die Birne wegpustet. Uh. Okay, die ist auch irgendwie ziemlich cool. Briggs, im ersten Ringlock schuppen, ist ein Eingang. Dürfte dir den Zutritt erleichtern. Shit. Verstanden. Danke. Hat der Briggs vielleicht auch? Flint-Granaten? Brandgranate? Splitter? Nee, der hat nur Splitter und Brandgranaten. Mist. Oh, gut. Bin ich denn? Ringlock schuppen. Wo ist die Bombe? Die Ingenieurs bringen sie an einem Zug an, Briggs. Oh, shit. Oh, shit. Mist. Mist. Aber ich sollte unbemerkt bleiben. Da oben in den Anschleiner rum. Mist. Na ja, die kommen, glaube ich, alle schön hierher, wa? Die ballern da drin rum. Mist. Hey, lebt der noch? Nee, den hat's nur weggewickelt. Ich bin im Ringlock schuppen. Wo ist die Bombe? Die Ingenieurs bringen sie an einem Zug an, Briggs. Was ist los? Antworte mir. Ist vermutlich weg. Verteilen oder alles durchsuchen? Naja, so viel zu ist vermutlich weg, wa? So, die Ingenieurs bringen die Bombe... Okay, ich glaube, ich bleib mal hier unten. Ich glaube, hier unten ist sicherer. Da kommt einer. Soll ich dir den Fuß wegschießen? Soll ich dir den Fuß wegschießen? Tja, so viel dazu. Ich bin verwundet. Mal kurz Pause machen hier unterm Zug. Zeit läuft ja keine mit, ne? Übrigens sehr detailliertes Zugrad hier. Schön aus 16 Ecken. Nur echt mit 16 Ecken. Hm. 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 In den Arsch geschossen. Okay, ich renne nicht mehr. Denn sonst steht der wieder auf. Wer fragt das? Ich seh euch. Wo kam das jetzt her, ha? Alter. Der hat mich nicht gesehen. Uiuiui. Ich glaube, da ist kein Gegner mehr, oder? Oder vielleicht doch? Alles durchsuchen. Da war noch einer. Da ist keiner mehr da zum Ausschwärmen. Okay, wie viel Munition? Noch genug. Sehr schön. Das ist übrigens auch eine ganz coole Waffe. Kann man so sagen. Was haben die hier? Na komm, na komm. Du hast das schon mal gemacht. Was haben die hier so ausgekleidet alles? Na ja, ist immer die gleiche Bombe. Hallo? Bin beim letzten Sprengsatz. Okay. Gehen wir es durch? Nein. Ich mach das schon. Entspann dich. Nur ein Versuch, Briggs. Kinderspiel. Oh scheiße, Charlie. Ich glaube, ich hab den roten Draht genommen. Du, du hast was? Deig doch! Reingelegt. Arschloch. Sam. Alle Sprengsätze deaktiviert. Rücke ab. Bin gleich beim Anführer. Runter! Bleibt unten. Da passiert keinem was. Ja. Die habe ich weggesammelt. Sehr geil. Wie in einem Hollywood-Blockbuster. Shit. Oh Mann, der lädt immer so spät nach. Oha, was war das? Was ist denn jetzt? Du kannst da nicht lange bleiben. Ihr fahrt gleich in einen Tunnel ein. Krebs-Wertrück ist ein 오래arnya. Kuh-Fanster-Einschlag. Okay, die Leute verstecken sich gut auf dem Boden. Geiseln sichergestellt. Wow, das war nicht schlecht, ne? Aha. Oh, Scheiße. Polizei, halt. Ich schieße, ich schwör's, Alter. Ach, Scheiße. Polizei, halt. Hier ist Geralt, Officer 34. Ich brauche Verstärkung. Ganz ruhig. Ruhig, entspannt euch, Freunde. Lass die Geisel frei. Du Vollidiot. Spiel nicht den Helden, sonst geht's dir wie ihm. Klar? Keine Bewegung. Stehen bleiben. Das soll wohl ein Witz sein. Waffe runter. Runter, los! Grim. Der Idiot, hat er den... Hat er ihn... Ach, geknallt. Ja. Wieder mal Panther. Wo ist meine Maus? Hier. Sehr schön. 153.963. Und damit machen wir eine kleine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder. Wenn's wieder heißt, time to play hier bei Splinter Cell Blacklist. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.